Köln, Leipzig, die Europameisterschaft ist vorbei. Die Olympischen Spiele in Tokio noch nicht gestartet. RTL nutzte die sportfreie Zeit im TV und stellte sein ganz eigenes Promolympia auf die Beine. Mit mäßigem Erfolg. Dabei begann es zunächst vielversprechend. Begleitet von Sprühfunken und Orchesterbeschallung betraten mehr als 30 Stars und Sternchen aus über zehn Nationen die Leipziger Quarterback Arena, um sich an insgesamt zwei Abenden in 14 olympischen Disziplinen zu messen. Kaum hatte sich der Rauch in der Halle verzogen, da war der erste Wettstreit auch schon wieder vorbei. Evel Jarrett, 49, und Thorsten Legard, 52, kuschelten eng miteinander verschlungen auf dem Boden. Schließlich beendete der Schiedsrichter das Schauspiel und erklärte den Blatthound-Gangbassisten zum Sieger. Aber wovon eigentlich? Was die beiden Schwergewichte da zelebrierten? Ordnete der Kölner Sender mutig in die Kategorie Ringen ein. Nun ja, die Axt aus Bochum verstand die Welt nicht mehr. Dennoch durfte sich Kassala am Ende über Bronze freuen. Zum Kampf um Platz 3 trat sein Widersacher Julius Brink, 39, verletzungsbedingt nämlich gar nicht erst an. Er hatte Rücken. Oder einfach nur Angst. Auch das 50 Meter Schwimmen der Damen wollte nicht so recht zünden. Hier war die spannendste Frage. Wird Let's Dance-Star Ekaterina Leonova, 34, den gegenüberliegenden Beckenrand überhaupt ohne Hilfe erreichen? Die Antwort, ja. Zwar landete die Profitänzerin auf dem letzten Platz, stieg aber unbeschadet aus dem Wasser. Schwimmen lernen wir in Russland nicht, begründete sie ihre dürftige Darbietung. Dafür hat sie andere Talente. Ich kann eine Kalaschnikow in einer Minute auseinander und wieder zusammenbauen. Prioritäten im Leben, so wichtig, gewonnen hat übrigens RTL-Moderatorin Bella Lesnik. Die 39-Jährige setzte sich souverän gegen ihre Konkurrenz durch und bescherte Deutschland damit die erste Goldmedaille. Einen gebrauchten Abend erwischte derweil Teilzeit-Ressler Tim Wiese, 39. Erst zog er gegen Weltmeister Kevin Großkreuz, 32, an der Tischtennisplatte den kürzeren, dann wurde er beim 200-Metern-Sprint sang und klanglos letzter. Hier sicherte sich GZSZ-Flitzer Timur Ölker, 31, den Titel für die Türkei, vor Rüpelrocker Jared.